Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Es ist soweit, Netflix hat wieder einen neuen Top 1 bei den Serien und natürlich ist es die zweite Staffel Arkane, beziehungsweise die ersten drei Folgen von Arkane und wir wollen natürlich darüber besprechen und das machen wir zu zweit, nämlich einmal Lasse. Hallo. Hallo. Und ich, Johannes. Wir haben, glaube ich, richtig Bock, oder Lasse? Ja, extrem. Ich habe mich sehr gefreut auf diese zweite Staffel. Die erste Staffel war so ein Überraschungsding für mich. Ich hatte im Vorfeld nichts darüber gehört, bis ich dann einen Screenshot gesehen habe auf Netflix. Und League of Legends ist mir nur so vom Namen her bekannt, weil ich ein paar von diesen Filmchen kenne, von diesen Animationsfilmen, die die mal gerne da machen, als Promo und so. Aber ansonsten habe ich keine Beziehung zu dem Spiel oder sonst wie. Aber ich fand diesen Screenshot interessant und dachte mir, ich versuche es mal. Und ich war gehuckt von Szene 1 an. Und so ging es vielen anderen. Das ist eine großartige Serie mit einem einzigartigen Stil und perfekt auch für Leute, die halt überhaupt nichts mit den Spielen am Hut haben, weil sie einfach eine sehr gute, für sich allein stehende Geschichte erzählen. Perfekt. Damit hast du alles zusammengefasst. Danke, dass ihr zugehört habt. Und damit sind wir auch schon fertig mit der Besprechung. Tschüss! Nein, wir wollen natürlich ausführlicher darüber reden. Nochmal, um kurz abzuholen. Die drei Folgen gibt es jetzt seit dem 9. November auf Netflix. Am 16. und 23. November kommen dann jeweils drei weitere Folgen. Und damit ist dann tatsächlich auch die Serie abgeschlossen. Das war ja eine relativ überraschende News, dass es nur diese zwei Staffeln gibt. Also es wird auf jeden Fall mehr geben, aber nicht von dieser Serie. Du hast es schon gesagt, es ist eine Serie im League of Legends-Universum. Das ist produziert von Riot Games, die halt hinter League of Legends stecken. Und von Fortis Produktion, glaube ich, ist es ein französisches Animationsstudio, das hinter unterschiedlichen Werbespots oder Musikvideos steckt. Unter anderem für Gorillaz. Und die haben vorher gar nicht so viel gemacht, aber zum Beispiel die Rocket und Groot Kurzfilme. Da habe ich heute ganz kurz in einen Mal reingeguckt. Die haben auch schon ein bisschen diesen Stil, diesen 2D-3D-Mix, den du ja auch als einzigartig angesprochen hast. Ja, es ist halt wirklich einzigartig in diesem Serien-Medium auch. Obwohl, es gibt halt einige Serien und Videospiele, die so ähnlich sind. Aber ich habe das noch nie gesehen auf diesem Scale. Ich habe das noch nie gesehen mit so einer Härte, mit so einem unglaublichen Sinn für Style, wo wirklich alles sitzt. Sei es nun irgendwelche Zeitlupen-Einsätze, seien es jetzt nun wirklich diese großartige Kombination ausgezeichnet und computeranimiert. Und diese bestimmten 2D-Effekte, die immer wieder eingestreut werden und die ein bisschen halt auch so in die Richtung gehen, wie die Spider-Verse-Filme durchaus. Aber immer noch auf diese ganz andere Art und Weise stilistisch und halt eben auch mit dieser ganz besonderen Härte, wo man einfach jeden Schlag fühlt, jeden Impact in der Action. Und eben auch mit diesem unglaublichen Charakterdrama, wo es sehr, sehr schnell geht, in diese Welt einzutauchen. Aber alle Details werden erst so nach und nach enthüllt. Man kriegt relativ schnell das große Bild mit. Aber was noch so alles da mit drin steckt, es braucht eine Weile, bis das alles auf sehr natürliche Weise sich einem erschließt. Es ist einfach sehr gut erzählt auf diese Art. Auf jeden Fall. Genau, auch nochmal, du hast schon angesprochen, du hast League of Legends nicht gespielt, ich auch nicht. Das heißt, dahingehend können wir keine Einbettung bieten, inwiefern hier jetzt bestimmte Charaktere vorkommen, Easter Eggs da geboten werden etc. Wir sind ja einfach Film- und Serienfans und gucken aus der Brille rein. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz so rekapitulieren für Leute, keine Ahnung, die vielleicht die erste Staffel noch gar nicht gesehen haben. Worum geht es ungefähr in Arcane? Es geht letztendlich um den Konflikt zweier Stadtteile, halt der Unterstadt und der reicheren Oberstadt, in der Stadt Pilthover und in der Unterstadt Zorn. Da kochen die Gemüter hoch, das alles ist eskaliert am Anfang der ersten Staffel durch einen harmlosen Einbruch, welcher mehr und mehr Dinge enthüllt und lostritt. Jemand versucht Wissenschaft mit Magie zu verbinden, andere Leute sind auf bestimmte politische Vorteile aus, sowohl in der Ober- als auch in der Unterwelt. Charaktere kommen einander näher, andere Charaktere entfremden sich voneinander. Im Kern steht die Beziehung zwischen zwei Schwestern, welche sich im Verlauf der ersten Staffel entfremden und fast wieder zueinander zu finden scheinen. Aber dann kommt es ganz am Ende der ersten Staffel zur großen Eskalation. Die stehen hier definitiv im Mittelpunkt, aber es gibt noch zahlreiche andere Figuren, die alle so ihre eigene Agenda haben. Und über allem schwebt eben dieser große Klassenkonflikt letztendlich. Und die zweite Staffel knüpft exakt dort an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Es ist im Prinzip das Aftermath von dieser großen Katastrophe, die sich angebahnt hat. Und von da aus ist es ein vergleichsweise langsamer Start, wo es dann in Folge zwei wieder ein bisschen mehr an Tempo gewinnt. Und mehr Charaktere vorgestellt werden. Und wir sind hier noch im ersten Akt dieser neuen Geschichte mit den drei ersten Folgen. Ich kann mir decken, worauf es bei einigen Dingen durchaus hinausläuft. Aber sie haben schon mehrere große Momente abgeliefert. Wunderbar. Bevor wir inhaltlich einsteigen, stelle ich mal eine bisschen polemische Frage. Weil Arkane ja ein Lizenztitel quasi ist, könnte man, man könnte ja so ein bisschen unterstellen, dass das so ein Commerzprodukt ist, oder? Also die Serie ist ja ganz klar dazu da, um noch mehr Leuten dieses Universum League of Legends bekannt zu machen. Damit eventuell Leute, die vielleicht sonst nicht so viele Videospiele gespielt haben, nochmal zu überlegen. Okay, League of Legends, was ist das? Habe ich da Bock reinzusteigen, damit Riot Games noch mehr Kohle verdient? Würdest du das auch so sehen? Ich meine, das Ding ist, das ist bei jedem Lizenzding irgendwie, kann man das ja unterstellen. Ob es nun basierend auf irgendwelchen, auf Videospielelementen, auf Elementen von einem Comic oder bei so etwas wie Lego Movie natürlich, wenn es tatsächlich dann eine Spielzeugadaption ist und teilweise wird es ja etwas weitergefasst wie mit so etwas wie Barbie oder anderen Sachen. Letztendlich bleibt das dann immer dem Konsumenten selbst überlassen, denke ich mal. Weil ich meine, einige sind ein bisschen offen damit, ja, wir machen hier einfach nur Werbung fürs Produkt. Ich würde sagen, Arkane fällt da ein bisschen raus, weil für mich nicht das so wirkt, als würden sie sagen, oh Mensch, und wenn du es nochmal richtig viel geiler haben willst, dann musst du unbedingt die Spiele austesten. Weil ich habe danach mir Spielfootage angeguckt und dachte mir, nee, das ist absolut nichts für mich. Ist nicht die Art von Spiel, die ich spielen kann oder will. Ich bin zufrieden mit der Serie. Und das Ding ist eben auch, die Serie erzählt so wunderbar ihre eigene Geschichte und erzählt die auf eine Art und Weise so zugänglich, dass da vollkommen Außenstehende ganz schnell einsteigen können. Dass ich wirklich sagen würde, das ist eigentlich nur wirklich sehr oberflächlich mit den Spielen und einer Werbung für die Spiele verbunden. Das geht mir ganz genauso. Ich hätte jetzt natürlich gerne ganz polemisch eine andere Meinung rausgehauen, aber ich bin da ganz auf deiner Seite. Also ich finde es halt wirklich bemerkenswert, wie gut die Serie, also auch die erste Staffel halt Leute abgeholt hat wie uns. Ich hatte, also ich wusste, dass es League of Legends gibt, aber ich hatte wirklich sonst gar keine Ahnung. Und diese Welt, das ist ja so ein Steampunk-Mix mit Fantasy-Elementen, das ist ja schon was super Besonderes. Aber wie einfach dann man mit diesen beiden Schwestern einen emotionalen Zugang gebaut hat. Und ich fand es auch ganz bemerkenswert, also die erste Staffel war sechs Jahre in Entwicklung, hat sich dann auch verzögert wegen Covid. Und dann hat es jetzt ja auch nochmal drei Jahre gedauert, bis die zweite Staffel erschienen ist. Und ich finde, das spricht ja auch dafür, dass man hier auf jeden Fall Wert darauf gelegt hat, eine besondere Geschichte zu erzählen. Und auch die Animationen, du hast es gesagt, die sehen unglaublich gut aus. Und das sieht man ja auch an den Spider-Verse-Filmen, die brauchen ja auch unglaublich viel Zeit. Deswegen verzögert sich jetzt auch der dritte, dass man sich die Zeit nimmt. Und das finde ich einfach, das ist super toll, dass so ein, bei so einem Franchise, man sagt, nee, wir legen hier ganz klar Wert auf die Qualität. Ja, und ich denke eben auch durch den Erfolg der ersten Staffel und so weiter. Und die haben sich einfach diese Pipeline jetzt aufgebaut, wo sie wissen, das funktioniert. Und deshalb ging die Produktion der zweiten Staffel vielleicht einfach auch ein bisschen schneller. Weil sie halt wissen, was klappt, was nicht und so weiter und so fort. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, was technisch geht. Ich denke, das war ein Faktor auch. Auf jeden Fall. Dann lass uns vielleicht mal mit dem Offensichtlichen, mit der Oberfläche anfangen, denn mit diesem Look. Und die Serie, diese zweite Staffel, die hat wieder, ich finde es so großartig. Also wirklich dieser Mix aus 2D, 3D, der hat mich so ein bisschen an Dishonored erinnert, falls du oder ZuhörerInnen die Spiele kennen. Das hat auch diesen, ja, ich bin gerade, also es ist quasi eine Animation, aber ich habe das Gefühl, auf den Animationen sind so, ist Gezeichnetes draufgelegt, so würde ich sagen, sieht es vielleicht aus. Und diese drei Folgen haben wieder Bilder für die Ewigkeit. Also die wissen es unglaublich gut, so richtig coole, ikonische Bilder zu erzeugen, wo ich nicht das Gefühl habe, das ist zu gewollt, sondern ich denke, yes, also ich will eigentlich klatschen und auf den sagen, geil, ich möchte mir das sofort als Poster an die Wand hängen. Ging dir das auch so? Ja, absolut. Die wissen ganz genau, was für tolle Bilder sie kreieren können und die halten nicht lange hinterm Berg damit. Ich muss sagen, in der ersten Folge gibt es nicht ganz so unbedingt, da gibt es auch eine große Action-Szene, aber die war nicht ganz so wuchtig, wie ich es mir gewünscht hatte, aber das ist auch etwas, das sich im Verlauf der ersten drei Folgen dann verbessert. Und man muss ein kleines bisschen wieder reinkommen. Ich war sehr froh, dass es ein Recap gab, aber der ist auch sehr künstlerisch aufgemacht, dass es nicht so irgendwie, oh, und wir erzählen ja einfach nur stumpf nach, was passiert ist, sondern die machen da, ja, was etwas Extravaganteres damit durchaus. Und jemand, der die erste Staffel nicht gesehen hat, dem werden diese Clips eigentlich überhaupt nichts sagen, habe ich das Gefühl. Das stimmt, aber man kommt echt gut wieder rein. Ich habe die erste Staffel nur einmal gesehen. Ich habe auf jeden Fall ehrlich gesagt, jetzt Bock sie nochmal zu sehen. Aber ich finde auch, sobald man dann die Figuren wieder sieht, kommt die Erinnerung wieder. Und das funktioniert sehr schön. Und was ich sehr gut hier an dem Look wieder fand, also Slowmotion ist ja irgendwie noch das Offensichtlichste, was hier genutzt wird. Aber hier wird immer ganz toll auch die Perspektive und die Gefühlswelt der Protagonistin eingefangen. Also direkt am Anfang in der ersten Folge, nachdem kurz gezeigt wird, also nachdem das Ende der ersten Staffel aufgegriffen wird, sehen wir von zwei Figuren, dass es denen super elend gibt. Und dementsprechend ist auch die ganze Welt in so schwarz-weiß Schraffur gezeigt. Und das wird immer wieder gemacht. Das ist so schön zu sehen, wie da mit dem Medium umgegangen wird. Ja, genau. Das war etwas Besonderes auch in Staffel 1. Es gab hin und wieder Sequenzen, die wirklich im Prinzip so in eine Musikvideo-Ästhetik so gingen. Wo es dann entweder Montagen gab oder tatsächlich so ganze Sequenzen. Es gibt eine besondere Kampfsequenz zwischen zwei Figuren, wo sie dann mit so einer ganz besonderen Musikvideo-Ästhetik im Prinzip einen bestimmten Teil von deren Vergangenheit präsentieren. Und dann einen bestimmten Song damit runterlegen. Und das war einer der großen, grandiosen Standout-Momente. Und hier, und das habe ich auch schon auf Twitter gepostet, hier ist im Prinzip Double Down. Also hier machen sie quasi eigentlich pro Folge, machen sie zwei von diesen Momenten, so habe ich das Gefühl. Und ich finde, es klappt immer sehr, sehr gut. Ich habe durchaus einige Leute gehört, die damit eher ein Problem hatten. Aber ich fand, das trägt umso mehr zu dieser, zu der Art und Weise bei, wie sie diese Geschichten erzählen. Das sind diese kurzen Momente, wo man so ein bisschen sich so dem, wo man das visuelle, das visuelle Flair genießen kann. Und gleichzeitig wird aber auch ganz toll etwas erzählt. Sowohl über die Musik, als auch mit den Bildern. Ich bin da ganz bei dir. Also ich kann auch verstehen, dass das manchen vielleicht zu viel ist. Und ich finde auch schon, das ist schon so ein, also die Songwahl ist schon so ein bisschen edgy. Also der Intro-Song wird ja von Imagine Dragons gemacht. Dann haben sie jetzt ja noch sich Woodkit dazu geholt. Sie haben sich Linkenpark dazu geholt. Auch das ist ja ein cleverer Marketing-Schachzug. Der Song Heavy is the Crown, so heißt nicht nur die erste Folge. Der Song kommt dann auch natürlich in der Folge vor und passt natürlich auch zu der Serie so ein bisschen. Die erste Staffel kam unglaublich gut an. Die Erwartungen an die zweite, Heavy is the Crown, das passt schon ganz gut. Und es hat sich für mich nicht so draufgedrückt gefühlt. Und ich finde, das ist auch eine Leistung, dass in so einer Welt, die mit unserer ja relativ wenig zu tun hat, wo eigentlich so Popsongs nicht reinpassen, das trotzdem stimmungsvoll eingesetzt wurde, fand ich. Und das Besondere daran ist, diese Songs wurden für die Serie komponiert. Nämlich in Zusammenarbeit mit Alex Siva, welcher einer der Score-Komponisten hier auch ist. Und er und Alexander Tempel, die haben auch schon eine Musikvergangenheit mit Riot Games. Und es gab sogar in Staffel 1 ein, zwei Momente, wo sie Leitthemen von bestimmten Videospielcharakteren mit eingebaut haben. Ganz versteckt. Und das fand ich richtig cool. Also, weil ich, obwohl ich halt die Spiele selbst nicht kenne, bin ich mit der Musik vertraut, weil es da großartige Themen gibt. Und das haben sie gemacht in Staffel 1. Und das Interessante eben ist, dass sie diese Songs, dass es deren Absicht war, die zu verwenden wie ein Score-Stück. Und entsprechend fühlen sich die Songs, obwohl sie natürlich herausstechen von dem orchestralen Score, dadurch eben, dass sie halt modern angelegt sind. Trotzdem fühlen die sich der Serie zugehörig an. Sei es nun eben durch Text oder natürlich durch den Rhythmus, wo man halt merkt, die hatten das im Schnitt alles im Kopf. Alles funktioniert perfekt zusammen und wirkt nicht zusammenhanglos draufgeklatscht. Jetzt weiß ich ja, und vielleicht wissen das auch einige der ZuhörerInnen, dass du ja sehr musikaffin und soundtrackaffin bist. Es kam im Vorgespräch schon der Begriff Needle Drop. Und da hast du gesagt, hier ist das aber besonders. Magst du vielleicht nochmal das uns abholen und sagen, erst mal vielleicht, was ist ein Needle Drop und inwiefern ist das hier besonders? Ich meine, Needle Drop ist im Prinzip, wenn man irgendeinen präexistenten Popsong nimmt und den dann irgendwo einstreut in Filmserie oder Videospiel. Und hier ist eben ja das Besondere, dass diese Needle Drops Songs sind, die speziell für dieses Medium komponiert wurden, aber sich eben modern genug anhören, dass man denkt, oh, die kommen vielleicht doch irgendwie von außerhalb. Und das ist eben der große Unterschied dabei, dass die hier verwendet und komponiert wurden wie Scorestücke. Super spannend, da gucken wir auch mal. Wahrscheinlich werden sie es ja in den nächsten Folgen auch weiter so nutzen, schätze ich mal. Ja, absolut. Gerade in Folge 2 gibt es einen grandiosen Moment, wo sie zeigen, wie geht es jetzt im Moment in der Unterwelt zu und wie ist da jetzt gerade so die Führung. Und das ist eine grandiose Sequenz, wo sie richtig toll visuell erzählen, wer ist alles tot und wer ist noch da und wie vertragen die sich so. Also das ist wirklich eine super Sache. Die einzigen Szenen, wo ich ein bisschen äh war mit den Songs, sind tatsächlich die richtigen Kampfszenen. Also es gibt mindestens zwei Kampfszenen, wo es im Prinzip ein Duell ist zwischen zwei Charakteren, sowohl in Folge 2 als auch Folge 3. Und obwohl ich die Songs gut fand, gerade in Folge 3, ein grandioser Song, was sie da machen, gerade wo sich dann eben auch die Schwestern dann wieder treffen. Ich fand es ein bisschen, wo ich mir dachte, es ist ein bisschen ablenkend, wenn du halt diese Emotionen und die Action des Kampfes hast und gleichzeitig versucht aber auch irgendwie der Text so ein bisschen was zu erzählen, also die Lyrics von dem Lied. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein Ticken zu viel auf einmal. Und ich weiß, es hat schon großartig geklappt mit Kampfszenen und Popsongs. Da gibt es viele Filme, die das toll gemacht haben. Hier war es vielleicht eine Spur zu drüber, wo man halt denkt, das würde für sich genommen alles ein bisschen besser funktionieren. Ich war auch ein kleines bisschen enttäuscht vom Score selbst, weil es gibt einige musikalische Themen aus Staffel 1, die hier bisher irgendwie fehlen. Und ich hoffe inständig, dass das sich vielleicht noch bessert im Verlauf der Serie oder aber auch, dass sich das bessert, wenn ich den Score nochmal gesondert anhöre. Aber hier gab es längst nicht so viele Standort-Momente bisher wie in Staffel 1. Aber dafür halt die Songs grandios. Auch in Staffel 3 gibt es eine Montage mit einer Gruppe von Leuten, die hart durchgreifen auf ihrer Tour durch die Unterwelt. Und das fand ich, das war eine grandiose Sequenz mit einem geilen, richtig aggressiven Song. Und da war ich voll dabei. Und das schafft die Serie es ja auch ganz wunderbar halt zu erzählen, ohne dieses platte Exposition-Dumping zu machen, indem man einfach mit dem Song unterlegt und dann halt diesen Schnitten, diesen Momenten einfach zeigt, wie sich dann die Welt weiterentwickelt, wie einzelne Entscheidungen Auswirkungen auf den ganzen Stadtteil beziehungsweise auf die Beziehung der Städte haben. Und das ist schon wirklich, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, total. Und dann eben auch auf Seite der Charaktere. Wir lernen ein paar neue kennen. Ich fand es sehr, sehr gut, dass wir hier auch ein paar mehr Charaktere haben, die nicht super, also die zwar irgendwie humanoid sind, aber halt nicht Menschen in Anführungszeichen sind. Weil das war bei Staffel 1. Ja, da hatten wir so ein paar Charaktere hier und dort. Auch durchaus einen von größeren Nebencharakteren mit Professor Heimatdinger. Aber hier habe ich das Gefühl, fügen die noch ein paar mehr hinzu. Und ich finde, das macht die Welt noch so ein bisschen besonderer und einzigartiger. Und das fand ich richtig toll. Speziell gibt es hier so ein bestimmtes Katzenwesen, was ich richtig cool fand, wo ich halt dachte, oh, von diesem Charakter würde ich sehr, sehr gerne noch mehr sehen. Weil ich fand, das hat einfach sehr, sehr viel visuell beigetragen. Auf jeden Fall. Und ich finde, sie schaffen es wieder ganz großartig, eine stimmige Welt zu erschaffen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die einzelnen Figuren oder Design-Elemente, seien es irgendwie Waffen, Häuser, Klamotten etc. pp. hier nicht reinpassen. Ich finde das so großartig, dass hier eine Welt präsentiert wird, von der ich vorher bis zur ersten Staffel noch nie wusste, dass sie existiert. Und die fühlt sich so eigen an. Auch wenn das natürlich alles Elemente sind, die man so ähnlich vielleicht schon mal woanders gesehen hat. Aber ich glaube, wahrscheinlich auch der Vorteil, Steampunk ist ja etwas, was leider im Serien- und Filmbereich kaum irgendwie groß stattfindet. Und hier dann natürlich direkt in so einem unglaublich hohen qualitativen Niveau. Ja, es ist ein schwieriges Genre, nennen wir es jetzt mal so. Oder ein schwieriger Stil. Und ja, man kriegt hier und da mal ein paar Elemente davon. Aber es ist, wie gesagt, es ist vergleichsweise rar im Mainstream. Und das eben macht das hier richtig toll. Alles wirkt aus einem Guss. Man schneit sehr schnell, wie verschiedene Sachen funktionieren. Es gibt bestimmte Dinge, wo sie die Sachen mit der Magie und so weiter erweitern, wo sie auch mal so richtig böse, fiese Magie zeigen. Wo ich dachte, okay, das ist neu. Das habe ich so noch nicht direkt gesehen in der ersten Staffel. Und da bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht, mit ein paar Figuren und Szenarien. Wie sie einen bestimmten Charakter hier retten, weiterentwickeln und wie der sich jetzt weiterentwickelt. Wo ich dachte, oh wow. Also es hat, und ich bin auch nicht der Einzige, der mir das aufgefallen ist online, es hat einiges von, wir kriegen hier biblische Symbolik. Auf jeden Fall. Und das fand ich richtig nice. Und das hat sehr, sehr gut auch in den Kontext gepasst. Und es wirkt nicht so von wegen halt, oh, wir haben diese Fantasy-Welt, aber wir versuchen so irgendwie auf Gedeih und Verderb, da jetzt so eine erzogene Parallele herzustellen oder so. Nee, es wirkt alles, es kommt alles sehr aus dieser Welt heraus und wirkt natürlich und zugehörig. Und auch in der Art und Weise, wie der Film mit verschiedenen Charakteren umgeht. Das Thema Sexualität ist hier definitiv auch etwas, was sie aufgreifen und was sie auch schon in der ersten Staffel angedeutet haben. Und hier werden sie ein bisschen konkreter. Und das wirkt aber alles, wie gesagt, das wirkt halt alles super zugehörig und macht diese Welt eben mega zugänglich auch für ein sehr, sehr breites Publikum. Und ich fand das alles wirklich toll. Das Einzige, was halt so doof ist, denke ich mir halt, ich hänge an einigen dieser Figuren. Und ich mag die nicht gern leiden sehen. Und es ist halt sehr, sehr viel Leid letztendlich doch in dieser Serie insgesamt. Es ist so viel Struggle. Es ist so viel, es gibt so viele Probleme, durch die die Figuren durch müssen. Und als jemand, der sich halt ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt hat inzwischen, weiß ich, welche Charaktere letztendlich auch leben. Also um super viele muss man sich jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Aber sie schaffen es trotzdem, konstant spannend zu halten. Weil man weiß trotzdem nie so direkt. Ja, dann lass uns vielleicht, also ich würde sagen, wir spoilern hier mal nichts, aber wir können ja so einige Sachen vielleicht ansprechen. Weil ich finde auch die Qualität der ersten Staffel und auch wieder dieser drei Folgen ist es, dass sie es ganz großartig schaffen, dass Leute, die haben eine Motivation, die werden vor Herausforderungen gestellt, die entscheiden sich dann vielleicht falsch. Aber es ist immer klar, dass die Personen in dem Moment so entscheiden würden. Also ich hatte hier nie das Gefühl, dieses, Mensch, redet doch mal einfach miteinander. Oder so verhält sich die Person noch gar nicht. Das ergibt sich unglaublich organisch. Und aus diesen bitteren Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen, du hast es gesagt, die Figuren sind alle am Leiden, so schön die Serie visuell ist, entstehen dann ganz viele größere, ja, wie halt so ein Dominostein. Der eine fällt um und dann fallen immer mehr um und dann entstehen daraus wirklich ganz furchtbare Dinge. Das fand ich wieder großartig gelöst, wie hier die Motivation aufeinandertreffen von unterschiedlichen Figuren und dann auch so ein, also ich finde, das hatte gerade in Folge 3, war es so beste Game of Thrones-Manier, dass auf einmal Intrigen gesponnen werden und aufeinander prallen und man selber so, nein, das, oh mein Gott, natürlich. Und ich hatte Gänsehaut. Ja, ich hatte auch extreme Game of Thrones-Vibes. Sogar die Musik in der letzten Szene klingt ein bisschen wie etwas, was aus Game of Thrones stammen könnte. Also da war, eine definitive Parallele war damit bei. Und da gab es noch etwas, was mir irgendwie wichtig war. Genau, und ein wichtiger Bestandteil eben ist ja auch, diese Serie ist für, also die ist nicht für Kinder definitiv. Das ist eine, die wird gruselig, die wird gewalttätig. Wie gesagt, sexuelle Themen sind ein Thema, aber es ist jetzt nicht mega in your face damit, es ist jetzt nicht irgendwie, oh und wir packen jetzt hier allerhand Genitalien oder sowas aus, sondern es ist sehr, es wirkt alles sehr natürlich und geschmackvoll. Aber das Ding ist eben auch, etwas, was ich mit animierten Sachen habe, die für Erwachsene sind, ist ganz oft dann übertreiben die super mit allem. Halt von wegen, oh ja, wir nutzen aus, dass wir jetzt für Erwachsene sind und deshalb gibt es massig Blut und massig Nacktheit und massig Gefluche. Und was diese Serie extrem daraus hervorhebt, ist, dass die das alles ganz wunderbar in diesen Kontext packen und mit nichts davon eigentlich wirklich übertreiben. Es ist gewalttätig, aber es ist nicht, es ist wirklich unreif dabei. Es ist wirklich halt, oh, ist das nicht geil. Sondern es hat alles eine angemessene Härte und sie zeigen einfach genug, ohne dass sie sich jetzt extrem daran ergötzen. Also sehe ich einige von den anderen Serien, ich bin halt ein großer Fan von Legend of Vox Machina auf Amazon Prime, aber wann immer es da gewalttätig wird, ist es extrem immer so und jetzt wird es hier super gory mit super viel Blut, einfach nur, weil wir es können und weil es ja auch verstören soll und so. Ich verstehe das alles, aber ich finde es immer ein bisschen too much. Es ist genauso wie mit den Gefluche, auch wenn ich jetzt letztendlich nichts gegen Schimpfwörter habe. Schimpfwörter, ist ja auch so ein Thema. Aber wenn man es halt zu viel benutzt, wenn man es zu viel von allem benutzt, dann stumpft man sehr ab. Und Arkane vermeidet es konstant, und sorgt so dafür, dass immer alles Gewicht hat. Wenn ein Charakter mal flucht, dann spürst du es, okay, jetzt wird es ernst. Wenn Gewalt ist, dann merkst du, oh ja, jetzt wird es heftig. Und eben wann, und wie gesagt, mit Nacktheit nicht wirklich eigentlich. Es ist halt alles, auch in Staffel 1 gab es eine Sexszene, aber das war alles sehr, sehr geschmackvoll. Und das macht eben Arkane so besonders, gerade auch im Vergleich zu sowas wie Love, Death & Robots, was ja auch auf Netflix ist. Es ist einfach genau die richtige Dosis von allem. Total, das ist eine Serie, die ihre Geschichte und ihre Figuren total ernst nimmt. Also auch, wenn Charaktere Gewalt anwenden, dann ist das logisch. Also ich verstehe, warum so gehandelt wird. Und mal ist es halt irgendwie sowas, was irgendwie so eruptiv sofort davor kommt oder halt lange geplant ist. Und das hat halt immer einen Impact. Es gibt immer eine Konsequenz aus den Handlungen, die total schlüssig ist. Und da kommt dann ja auch, finde ich, nochmal diese, also es ist jetzt nicht sonderlich subtil, diese politische Ebene, also so ein Klassenkampf, arm gegen Reich. Wir haben quasi eine reiche Nation, die unterdrückt wird von einer armen Nation. Also hier sind es Städte oder Stadtteile, aber das lässt sich auf unterschiedliches beziehen. Und das wird, finde ich, auch unglaublich gut für so eine populäre Veröffentlichung gemacht. Also natürlich geht das analytisch nicht sonderlich tief, aber wie das hier klar gemacht wird, wie Leute gerade in dieser Armut sich zurechtfinden und da irgendwie quasi, auch das war ja in der ersten Staffel auch sehr gut gemacht, aber auch hier, was ist die Folge, wenn so ein Machtvakuum entsteht? Wie wird reagiert, wenn so ein Terroranschlag passiert? Und wie reagieren dann unterschiedliche Parteien in so einem politischen Konstrukt, könnte man ja sagen, darauf? Ja, und das ist auch ganz toll zusammengewürfelt von der Diversität von dem Cast her. Wo du halt auf allen Seiten, hier geht es nicht um irgendwelche Rassenkonflikte oder sowas, hier geht es wirklich allein um Klasse und politische Interessen und so weiter, weil du halt auf beiden Seiten hier alles wirklich bunt gemischt hast und da auch nie irgendwie ein Thema ist davon irgendwas, auch in Sachen sexueller Orientierung, also nicht das Gefühl, diese Welt hat Vorurteile gegen bestimmte Leute, wenn es darum geht. Es ist letztendlich wirklich immer nur Recht des Stärkeren und wie kann ich meinen Vorteil hier rausziehen und so weiter und so fort, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass bestimmte Sachen vielleicht mit der Ausnahme vielleicht von bestimmten Drogenkonsum oder sowas, dass da irgendetwas verpönt wäre und das ist eben halt auch richtig gut und öffnet diese Welt sehr gut. Und sie schaffen es, finde ich, auch sehr gut, also natürlich gibt es auch ein, zwei Figuren, ich denke da an einen der Ratsmitglieder, die schon irgendwie sehr ein bisschen platt böse gezeichnet sind aber bei den meisten Figuren, bei eigentlich fast allen, kann ich die Motivation nachvollziehen, selbst wenn ich sie nicht teile und ich denke, nee, das ist eine du handelst falsch, aber ich verstehe, warum die Figuren so handeln und dann wird das immer noch weiter gesponnen, also auch gerade, es ist, ich muss immer an diese dritte Folge denken, ich finde es hat schon ein bisschen Wins of Winter Vibes, wenn, also es passiert nicht das, was in Wins of Winter passiert, aber es ist halt wirklich dieses, okay und dann laufen die Fäden zusammen und dann passiert das und man denkt so, oh, not bad, also Hut ab dafür, auch wenn ich das richtig fies finde, was du getan hast, aber nice. Ja, genau, das ist, die Serie ist voll von diesen Momenten halt eben auch Staffel 1 und, ähm, ich fand es auch sehr schön, wie hier bestimmte Figuren eben, weil letztendlich diese Serie kann man eben als Prequel sehen zu den meisten, zu mehreren Charakteren, die durch die Spiele bekannt sind, also diese Champion Charaktere, die man dann dort hat und bestimmte Sachen sind ein bisschen offensichtlicher als andere von Anfang an und ich denke mal auch Spiele-Fans waren ziemlich überrascht von, okay, diese Entwicklung macht diese Figur durch und bla bla bla, aber ich find's sehr schön, wie hier auch bestimmte Sachen angepasst und komplexer gemacht werden, nämlich zum Beispiel die Figur der Jinx, die ist ein Champion aus den Spielen und wie die Spiele sie einsetzen, da wirkt sie im Prinzip wie die Riot-Version von Harley Quinn und das ist fein, also diese Art von Charakter, sowas kann man machen und die funktioniert auch gut in diesem Kontext, aber die Serie ist so viel mehr als das, weil sie eben, ja, es ist eine jüngere Version davon und wie sie drauf ist, wie ihre Psyche ist und so weiter und so fort, ja, sie kann auf ihre Art halt irgendwie lustig sein und sie ist anarchisch, aber da steckt unfassbar viel Wut, da steckt viel Kummer, da steckt viel Unsicherheit dahinter und alle diese Charaktere sind so, wo sie einfach sehr schön dreidimensional gezeichnet sind, wo man ihre Motivation nachvollziehen kann, man nicht, vielleicht nicht immer damit einverstanden ist, aber das ist eben das, was wirklich lebende, atmete Charaktere ausmacht. Da kann ich überhaupt nicht widersprechen, vielleicht noch, bevor ich jetzt zur Abschlussfolge für diese Besprechung komme, möchtest du noch was sagen oder irgendwas ansprechen? Also wie gesagt, ich war halt ein bisschen enttäuscht von dem Score, dafür fand ich halt die Songs sehr, sehr gut eingesetzt und diese Musik-Videosequenzen grandios. Es ist erst das erste Drittel von dieser neuen Fortführung der Story, deshalb mal sehen, was noch alles kommt. Ich war auf jeden Fall extrem gehypt und bin sehr, sehr froh, dass es dieses Niveau allgemein erstmal gehalten hat und ich werde mich auch noch mit dem Score im Detail auseinandersetzen und hoffe, dass da doch noch mehr Gems sind, als ich jetzt beim Gucken erstmal erkennen konnte. Kann natürlich gut sein, außerhalb des Kontextes erschließt sich dann nochmal einiges mehr, aber da ist eine Menge drin, was schon die erste Staffel großartig gemacht hat und ich bin sehr gespannt, wo das noch alles hinführt. Also ich, bei mir volle Empfehlungen für Leute, die das schon beim ersten Mal toll fanden und die Leute, die das noch nicht kannten, unbedingt schauen. Nicht mit den Kiddies unbedingt, aber halt das, ihr kriegt hier Storytelling und Visuals, da gehen euch die Augen über, ich garantiere es euch. Dann brauche ich die Abschlussfrage gar nicht mehr stellen, ob du gehypt auf die restlichen Folgen bist, die Antwort sollte klar sein. Mir geht es natürlich ganz genauso, ich bin wieder begeistert von der Optik, vom Sound, von der Geschichte, von der Action, von den Emotionen. Ich war wieder total drin, habe natürlich alle drei Folgen direkt am Stück geguckt. Ich finde es auch ganz gut, dass sie jetzt immer drei am Stück veröffentlichen. Das finde ich eine gute Entscheidung. Die haben, ich finde, die nutzen auch ganz gut, die einzelnen Folgen geschichtlich zusammenzupacken, aber auch diese drei, das hat den Anfang, das hat den Abschluss und ich bin jetzt sehr gespannt, was dann in einer Woche auf uns zukommt. Ja, genau, die haben das mit diesen drei Folgen, den haben die das auch schon gemacht bei der Staffel 1 und ich finde, das ist eine sehr gute Herangehensweise und ja, ich kann es nicht erwarten. Ich bin richtig, richtig neugierig. Sehr schön, dann hoffen wir, die Besprechung hat euch gefallen. Schaut gerne in Arcane rein auf Netflix, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ihr könnt den Tele-Stammtisch überall, wo es Likes gibt, hören und natürlich auch gerne bewerten und kommentieren und wir haben auch einen Discord-Server, wo wir über alle möglichen Serien, Filme und noch mehr diskutieren, natürlich auch über Arcane. Also kommt da gerne hin und haut rein, wie ihr bis jetzt die zweite Staffel fandet und vielleicht hören wir uns dann ja in einer Woche und vielleicht reden wir dann über die nächsten drei Folgen. Das wäre nice. Ja, warum nicht? Machen wir das doch zu einem Thing. Sehr schön. Dann Lasse, vielen, vielen Dank für die tolle Besprechung. Ich sage schon mal Ciao und du hast dann noch die letzten Worte. Danke dir dafür, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich ganz so aufs nächste Mal und bis dann, liebe Leute. Ich freue mich auch auf euer Feedback und bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.